Willkommen zur Mittagsstunde bei Let's Play Minecraft mit dem Klaas! Und dem Hängerbeu! Kleinschlüssel das aufnimmt! So, ja, alles passt! Wir waren letztens hier und haben... Keine Ahnung, was gemacht? Birkenholz abgebaut! Für einen Stall! Oder? Wir sind noch 1,5,2, aber in den nächsten paar Tagen sollte doch 1,6 rauskommen! In das Video draußen ist er schon einen Monat rum! Meinst du? Nein! Den haben wir zwar nicht aufgenommen! Wir sind jetzt bei Minecraft Folge 215 hochgeladen! Lass mich kurz rechnen! 215! Wir sind bei Minecraft schon gerendert, alle sind bei 230 Folgen! Das heißt 15 Folgen, 15 Folgen jeden zweiten Tag, 30 Tage im Monat! Heute haben wir den 26.06., oder? Ja, dann könnt ihr aber mal nachrechnen! Wann wir hier aufgenommen haben! Und wie viele Folgen wir im Voraus hatten! Wobei, das hab ich ja gerade eben schon gesagt! Ja, ein bisschen muss reichen! Ich hab ein bisschen entspannende Musik hier! Ein paar Bäume fällen! Wieso fäll ich hier eigentlich Bäume? Ich hab keine Ahnung! Wir wollten auch aufhören, ne? Irgendwie! Ja, aufhören! Ja, wir wollten ja mit Minecraft aufhören! Oh, nice, Mann! Ja! Ja, wir haben unsere Ziele erreicht! Wir sind... Mega-Pernoius ausgerüstert! Oh, guck mal! Wir müssen erstmal hier wissen, was wir hier letztens gemacht haben! Gustav! Das Eltenholzruhen! Es ist wieder da! Gustav! Erlebt! Hast du nicht umgebracht? Du hast so einen neuen hier reingepflanzt! Nein! Das ist ja... Das ist nicht Gustav! Gustav verschwarz! Das ist... Das ist... Das ist V2! Was ist das V2? Die V2-Vergeltungssage? Nein! V2! Schreib... Schreib... Schreib drunter Blonder, Gustav! Blondy! Blondy! So! Ähm... Sollen wir schon einen Stall bauen? Ich weiß halt nicht, wie groß so ein Pferd ist! Ähm... Es ist vielleicht... Zwei... Drei... Drei... Ne... Zwei hoch! Wo werden hier Platz für einen Stall? Oder erstmal schauen! Wie bauen wir denn hier den Server auf? Was bauen wir denn sonst noch? Wir wollten noch einen Birkin bauen! Ey, 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 ey! Was? Ach Birkin ja ich genau! Ich eigentlich... Oh! 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 Okay! Jetzt pass mal auf hier! Alter! Vater! Ja, wat denn? Um meine Spitzhage zu reparieren, brauche ich... Level 32 und drei Diamanten! Mach dir mal ne neu! Haha! Alter, so voller Kack hier! Die wollen mich bescheißen, du! Ein kleiner Bastard! Bastard! Meine Pornospitzhage! Oh ja, die hab ich auch noch! Die hab ich noch! Da ist die Kuh frei! Kuh! Nein! Meine Kuh! Schauen wir uns mal um und suchen eine geeignete Stelle für einen Stall! Ich würde den eher so ein bisschen länglich machen, so! Länglich? Ja! So länglich! Bauen wir eine Pädezucht! Oh ja! Ja, aber wo? Hier gleich dahinter? Bauen wir hier noch einen Gravel-Marktplatz oder wie machen wir das? Oh, ja! Am Abplatz können wir hier machen! So, ähm... Dead Island Like! Da muss aber der... Dead Island Like! Ja, viel Spaß! Da müssen aber hier die Bäume füllen, oder nicht? Nein! Jetzt lass die Bäume! Komm mal! Warte mal, ich hab Eisen dabei! Ja, bitte! Bitte! Ja, toll! Ist ja auch gleich weg! Ach, was du nicht sagst! Ach, was du nicht sagst! Ach, was du nicht sagst! Weiß ich nicht! Nein! Willst du mal? Nein! Nimm, post mal... Oh! Nein! Nicht mit deinem Feuerbogen, Mongo! Ich sammle nur die Äpfel ein! Oh! Du bist schon so ein Dreckskinnel! Hey, ich darf jetzt mindestens dreimal abschießen, du! Penner! Nein! Du wirst mich nie! Nein! Oh, scheiße! Achso, Schiff! Ich drück' nur Schiff zum Rennen! So! Meine Pfeile! Kann man sich mal ändern? Irgendwie Rennen auf was anderes legen? Ja, dreimal weh! Ohohohoho! So! So, mein Lieber! Die Frage ist... Ja, was ist denn die Frage? Wer will de... Apartment? Was ist denn Ding? De Apartment! 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 Was für ein Apartment? Ja, den Stall halt! Hier! Ja! Mano, Mida! Was erwandet man? Ein Stall Apartment! Werden wir neu! Na, ich nenn's halt so! Ja! Da wohnst du! Schon klar, dass du das Apartment nennst! Ich fäll' erstmal hier den ganzen Wald weg, hier! Hier muss erst mal... Nein, es ist im Wald stehen! Scheiß auf den Wald! Ähm, pflanzen wir dann ein paar Bäume hier... Hier... Natürlich pflanzen wir dann wieder welche an! Aber erst mal brauche ich hier eine freie Fläche! Nee, 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 nee! Ja, aber entlang... ...der Scrabble-Wegs hier! Pflanzen wir da ein paar Bäume hier an! Am Strand gibt's... An... an der Küste gibt's eher immer weniger Folgen! Vereinzelt! Junge, vereinzelt! Hast du jemals am Strand Bäume gesehen? Junge, da gibt's nur den... Den... Ja, wo? Welcher Strand denn? In Italien! Äh... Dingens! Sind wir hin in Italien? Milano Maritima! Ja! Und ich brauche mir Angst! Da unten sind keine Bäume, das sind Gestruppe, ey! Ah ja, du bist auch ein Gestruppe! Ja! Ja! So, was sagst du? Zwei Äxte! Ah, die auch schon wieder! Ja! Apropos, was ich noch vergessen hab dir zu sagen! Ja! Ich bin doch mal runtergefallen, weil du mich runtergeschossen hast, ne? Nein! Und wir haben doch... Doch! Monsterfalle! Ja! Und... Ich hatte hier vollkommene Diamantrüstung an, ne? Ja! Schuldest du mir! Nö! So! Ich muss halt farmen, Junge! Jetzt soll ich farmen gehen, wenn du mich runtergeschossen hast! Ne, ich mein XP farmen! Ja, wow! Was musstest du vor mir rennen? Ja, aber die Diamanten, die schuldest du mir! Und du hast ja 60! Was musstest du vor mir rennen? Ich war nicht vor dir! Ich war nicht vor dir! Ich war unter dir und trotzdem hast du mich getroffen! Das war richtig kompetent! Ja, das war irgendwie gefällt! Das war Minecraft! Ja! Ja, genau! Das war Minecraft! Und trotzdem hast du geschossen, ne? COD-Minecraft! Man zieht schon nicht auf den Kopf, aber man trifft den Kopf! Headshot! Ich zieh zwei Meter neben dich hier! Toot! Alle höpp! Nein! Ja, aber so ist es doch in COD! Ja! Zielst du meilenweit neben den Kopf und dann BAM! Headshot! Natürlich! Und dann ziehst du genau auf den Körper! Nichts! Aber wo ist so dunkel? Sollen wir schlafen gehen! Ja, komm! Mein Liebe mache! Nein! Ich hab's mir aner- 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 Ich hab's mir in Bolle ver aisle- Du musst auf deiner Palme wedeln Geh zur Bundeswehr! Jaja, so bitte der Monster! So, die ganzen Scheiße-einsammeln Aber du meintest, die sind seltener geworden, oder? Was? Scheißerchen? Ja, die kleinen Dinger hier Die Samen Die kann man sich in Aussell混 die in die Wachse puedeisen Die kann man sich in criminerst oyzen, ne Bei dir? Da Machen wir die Musik ein bisschen leiser, weil ich hab grad den Creeper ehrlich gesagt nicht anschleichen hören. So. Waren wir schon dabei, Sven? Was? Für den Bau. Aber nur für den Bau. Was für den Bau? Bau. Bau? Bau? Oh, was? Wenn's gut werden soll, oh wie. Wie, wo, was, weiß, Klaas. K-Klaas repariert. K-K-Klaas. K-K-Klaas. Ha. Du mit deinem Spinner. Ich bin die verfickte Spinne hier. Kuckuck? Erstmal runter, Bordel. Kuckuck? Ah, hallo. Kuckuck? K-Klaas. Ich hab keine Fäckelchen mehr. Ich schon. Hättest du noch bei mir? Ich hab noch elf Stück. Wär sehr dumm für dich. Oder du bleibst dich einfach selber aus. Ja. Oh ne. Hast du den Feuerzeug da? Was für? Ich hab nen scheiß Enderbaum. Ja, die wollen an den Händler ran. Oh, hallo. Hui. Alter. Kannst dich auch mal in den Normalfürzen. Wir haben genug Dirt. Ja, aber trotzdem. Hm. Also meine Frage ist, steht immer noch. Hast du ein Feuerzeug da? Nein. Oder? Und hol ich schnell eins. Da machen wir die Waldrodung extrem. Nee, nicht abfackeln. Doch. Ich boll den scheiß nicht ab. Hast du wieder nen Krieger? Ey, das gibt's nicht. Nur soweit ich hochkomme. Ich bin ein Samen. Achso, du willst die, die Änder, die, die großen Bäume platt machen. Natürlich. Okay, die kleinen lässt es aber noch, bitte. Jaja, jaja. Bisschen Holz nachschub. Oh, da war ein Apfel, Apfel, Apfel. Äh, warte, warte, mach mal hier was. Gleich zum nächsten Baum. Wie wolltest du nachpflanzen? Nein, nicht nachpflanzen. Ich würde drei abkürzen hier. Ja, ich war das nicht. Ich war das nicht. Wahrscheinlich eine voll nächste Aufnahme. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Lass meine Ruhe. Ich geh dich jetzt retzen. Folge der Blutspur. Der Kackspur. Nein, danke. Oh, ich freu mich schon auf den neuen Rechner, ey. Erstmal mit Shade anzocken. Achja, wenn die Folge jetzt raus ist, sollte ich schon einen neuen Rechner haben. Das kann natürlich wieder ein paar Folgen dauern, bis wir... Bei der Folge sind, wo ich den neuen Rechner benutze. Oh, voll, voll, voll. Rechner-Simption. Nein. Doch. Wann holst du dir einen neuen Rechner? Komm schon. Äh, in zwei Jahren. In zwei Jahren. In zwei Jahren? Holst du dann auch eine GTX 780 in zwei Jahren? Die 790. Dann kostet sie nur 200 Euro. Ja. Klar. Oh, du kleine Scheiß-Enderbaum da. Ach, gibt's doch nicht hier. Doch, das gibt's. Nein, gibt's nicht. Aber wie groß ist denn der... der Baum? Ich bring ihn halt ab. Mach ich jetzt auch. Was machen wir eigentlich mit dem Village hier? In der Brenn. Verräglich hin oder... ähm... zu unserer... ähm... zu unserer Kolonie. Ja, zu unserer Burg hinzufügen. Ach so, das ist quasi unser Vorhof. Für den ganzen... Die müssen aber schon größer... Die müssen aber schon größer machen dann. Den Vorhof. Ah. Na. Öp. 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 Scheiß kleine Spinne. Skeletto. Skeletto? Ja, genau. Triff mich noch. Ja, zweimal. Natürlich. Leines Fickgesittiges. Ach. Ja, red weiter. Nein, danke. So, ich glaub wir haben uns dann so gut wie alle... gekillt. Wie alle gekillt? An die Bäume. Ach so, Bäume gekillt. Ja. Jetzt kommen die Greenpeace vorbei und gib dir auf den Popo. Elgor. Und du sagst dann bitte fester. Nein, ich sag nicht zu fast. Stop it. Halt, Ron. Stopp. Stopp, Ron. Leve your son. Leve your son. Nein. Den darfst du du nur machen. Wat? Nee, warum darfst du du nur machen? Gib mir ein Feuerzeug. Schnee, 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 schnee. Ich bin voll. Ich bin Feuerzeug. Ich hol kein Feuerzeug. Ich bin Foul, ich bin Techniker. Ich bin Engineer. Ja, also dasselbe. Nein, aber auf Englisch hat sie ist professioneller. Engineer. In-genieur. Na? Hey. Hey. Hey, 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 hey. Oh ja, oh ja, erstmal werd ich die Knie setzen. Erstmal durchziehen. Habe das auch. Bin mir ein Feuerzeug unten, dann bin ich mir zu einfach gewesen. Ist da noch irgendwo ein Baumstamm? Ich weiß es doch. Ich rieche, da ist er! Blablablablablablablabla Das ist noch einer Die hab ich nicht gerufen Äh, Feuerzeug Da ist auch noch einer Was sagst du dir erstmal als Abfackel? Ja bitte Alter, was singst du denn das, Schwede? Deinung Ich bin ein freundlicher Mensch Auf die Beine Tja, Knoll Was ist der verfickte Enderman? Hallo? Ist er auf dem Dach rum, oder was? Verbrenne du Schädling Da ist ein Creeper, pass auf Na ja Ah, schon Nice, nice Oh ja, soviel Orgasmus an allem Meins Meins Ein bisschen verbrenztes Holz Da kommt es ja noch ran Von und Gerno Wir warten noch Ein bisschen Zerstörung am Morden Äh, am Morden Ne, ich morde auch Ja, dass man Mord spielt Erstmal Erstmal Versprechen Erstmal Versprechen Das ist Was zum Anpflanzen Was zum Anpflanzen Die Saplanes Das ist notwendig Warum ist das Huhn auf einmal schwarz hier drin Oder hast du ein neues reingeschossen? Kein neues Jetzt ist es nun bei mir hier schwarz Es wechselt seine Farbe Ein Ninja Einmal Ninja Einmal Ninja Sooo Und wie es dann hier weiter geht Das seht ihr leider erst in der nächsten Folge Wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Wo ist das? Wo kommt es? Spielen auch nicht Okay hier Together Mit Dem Klaas Und mir Dem Hangerboy Schau Leute Ja Euer Ja Joer Ich Viens Ich 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 Ich